Hallo Leute, Herzlich Willkommen zurück zu Cry of Fear. Köpp. Köpp. Das wird auch immer besser. Mit Fisch. Oh fuck. Nur drei Schüsse verballert. Da hatten wir auch schon einen von denen umgelegt. Deshalb hat Kirschi meine Waffe nochmal kurz vorher gemacht, weil das unfair war. Du hast noch zwölf Schuss. Ja. Woher weiß er das nur? Woher weiß er das nur? Och nein, nicht die Parks. Oh nein, oh Gott, fuck. Ich seh nen Feind. End im Park. Ich seh nen Feind. Ja. Ich seh zwei. Neun Schuss. Drei. Vier. Hast ne Waffe. Ah, Synchronschuss hat ihn getötet. Da oben ist ein Flugzeug. Da sind zwei Feinde. Im Park sind nochmal zwei, drei. Wer ist Feind? Überall ist Feind. Schießt du auf den da oben? Ja. Ein Schuss hat ihn schon getroffen. Überall ist Feind, alter. Einer im Park ist auch schon mal tot. Boah, das reicht jetzt. Ich muss jetzt den Sniper nehmen dafür. Sonst erwisch ich ihn nicht gescheit. Hab ihn. Moment. Moment, ich muss kurz Waffe wechseln. Okay. Sechs Schuss. Ich hab aber noch ein ganzes Magazin für die Waffe. Ja, das ist gut. Das kannst du nicht mit einem. Könnte man theoretisch machen, wenn du jetzt meinetwegen zwei Magazine hast. Weil dann könnte man drei Suchgänge starten. Einmal mit zwei Magazine, mit einem Magazine, mit null. So könnte man das dann auch aufleveln. Die Dings sind klar. Ich würde gehen, aber wo rechtest du zwei Magazine? Ja. Okay. Hier ist übrigens die berühmt-berüchtigte unsichtbare Wand. Ja. Ach, Wand-LP muss ich halt auch überall einmischen, ne? Ja, aber es ist neu, dass unsichtbar, dass Wand-LP unsichtbar ist. Okay, damit ist die Waffe unbrauchbar. Ist sie leer? Ja. Einmal mit Dach. Zwei war richtig. Zack. Ach, du hast ja noch zwölf Schuss. Wie macht er das nur? Och, nö. Jetzt weißt du nicht mehr, wieviel Schuss ich hab. Nee. Jetzt krieg ich keine Values mehr. Ah! Oh, nicht in mir. Bitte. Das ist jetzt ärgerlich. Da drüben könnte noch Munition gelegen haben. Das ist wirklich nicht. Was, was, was? Was, 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 was? Was, was, was? Wo, 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 wo. Ich weiß nicht wo. Ich mag die Viechers nicht, sind Wichsers, wegschau'n, 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 okay. Und brauchst du das altes Fahrrad? Ja, zudem hat Kronk den Kommentar gemacht, äh, ich nehm' jetzt einfach dieses Fahrrad. Komm schon, dann muss ich jetzt auch jetzt... Mach' ich kalt, du hast kein Leben. Oh, stimmt. Was machst denn du? Denk mir schon... Watt! Watt! Wo? Watt? Ich sagte, wett, nicht wett. Da legt der Donator-Only-Wappen und rechts ist wahrscheinlich irgendjemand, der mir in die Fresse schießt. Ja, nein, das ist ein Mensch. Zwei Salben und sie war im Arsch. Psychisch im Arsch genug, um sich hinzurechten. Ist das ne Weiter-G-Tür? Oh, das ist ja auch noch Munition. Nein. Das ist doch gut. Okay, keine Weiter-G-Tür. Von hier kam man im normalen Spiel und er hat genau zu dem Fahrrad gesagt. Ich nehm' jetzt einfach mein Fahrrad und fahr weg. Oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Hat das auch so melodisch gesagt wie du? Ich glaub' schon. Kronk macht vieles melodisch. Oh, hier liegt ne Syringe. Oh. Ich würd sagen, nehm' ich mal. Inventory-Fool. Ähm, leg eine Waffe weg. Ja, genau. Das ist, glaub' ich, wichtiger. Drogen! Oh, ja. Du könntest... Nein, Syringe, da ist die, äh, Dingens zu niedrig, ne? Meiner! Waffe. Die... Die Suchrate. Ja, das... Da hab' ich gar keine Ahnung, wie das gehen könnte. Oh, die Waffe ist leer. Soll ich'n Snape'n? Snape'n? Knoppen? Shotgun meiner. Ja, der Waffe. Oh Gott! Was? Hast du ne Knarre? Ja. Ne Standard-Knarre? Pistola auf! Gib ihm Headshot. Der hat mich mit einem Schuss 75 Leben gekostet. Dann hat er dir einen Headshot gegeben. Hurensohn. Ja, schon. Du Sohn einer Mutter! Geht deine Weekend? Ah! Ich bin für... Bist du für Eier? Ja, ich bin langsam auch für Eier. Lass' mir kurz... Okay, ähm... Eier auf... Eier auf die Taurus. Was ist die Taurus? Die... Ach, die, die... Die Schnellfeuerdings. Nein, die Taurus ist die... Der Revolver. Achso, ja. Eier auf die Taurus. Ja. Weißt du, was wir machen, das ist in der Aufnahme. Sorry, Leute, ihr müsst jetzt mal zuhören. Fünf, ne? Ja. Er möge nur noch einmal schießen. Er möge nur noch einmal schießen. Drei. Lassen wir's an dem. Falsches Value? Ja. Zack. Er selectet. Ach, danke für Eier. Bitte. Hast jetzt auch wirklich Eier. Du hast... ...mordsmäßige Eier da gerade jetzt dran. Balls of Steel? Ja. Er kommt. Weg, 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 weg. Treppe. Ich lieg. Ich krieg den aus der Ecke nicht raus. Du bist ein Held. Gut. Sorry. Komm, 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 ja. Na. Lebst du? Ja, ich bin respawned. Ah, ich war gerade dabei, dir einzublasen. Schade. Okay, 10 Sekunden sind vielleicht doch ein bisschen schnell. Ja, ja. So schnell kommt keiner. Ja. Jetzt hast du keine Waffen mehr, na, super. Na ja, soll ich dir deine... Ich mach dir mal deine Eier ab wieder. Na, warte mal erst mal kurz. Okay, ich mach dir die Eier wieder an. Ähm... Ähm... Die man in der Aufnahme nicht sieht. Damit du wenigstens irgendeine Waffe hast. Oh, danke. Mensch. Oh, cool, danke. Juhu, ich hab Zeug, um mich selbst verteidigen zu können. Ja, ich hab jetzt nur noch... Hab ich noch Eier? Ja, du hast noch Eier dran. Okay, wir behalten kurz die Eier. Okay. Ja, auch doof. Und jetzt wieder irgendwas Eskalatöses kommt. Was Eskalatöses? Wie 50.000 Mal. Was Eskalatöses? Wow. Ich sehe, dass deine Eier funktionieren. Meine Eier funktionieren gut. Verdammt. Wow, das war knapp, Alter. Wow, neun Leben, Alter. Du solltest dir mal eine Syringe. Die Waffe brauche ich auch. Ich habe keine Syringe. Nein, 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 weg, weg, weg. Ich bin weggegangen, weil ich mir dachte, das könnte da eventuell weitergehen. Das ist die Next Door, ja. Und ich habe noch neun HP. Ja, das ist super. Das ist hier. Donator only. Und Door ist jammed. Ja, du kommst da ziemlich hart, irgendwie. Okay, wir müssen also weiter. Lass mir mal die Eier, bis wir eine Syringe gefunden haben. Was? Lass mir mal die Eier, bis wir eine Syringe gefunden haben. Okay. Oh, scheiße, Levelwechsel. Ja, war doch klar. Ja, stimmt. Mir ist nur durchgefallen, dass du möglicherweise deine Eier verloren hast. Jetzt. Ich habe die Value noch dastehen. Oh, meine Nachbarn ziehen um die Häuser. Was? Machen die da? Du kennst meine Nachbarn doch. Nein, ja, jein. So, so, saufen wahrscheinlich. Okay. Bett. Ich höre ein Bett. Ich höre ziemlich viel Zeug an allen Seiten. Links ist das Bett. Okay. Okay, und da kommt ein Hammer Time. Ah, Hammer Time. Hab keine, äh. Ich habe noch keine Eier. Nein. Gerade. Ich lade gerade nach. Ich lade auch gerade nach. Nix mit Hammer Time. Stochhammer Time. Meine Zeit, das waren die 90er oder 80er oder so. Bye. Ich könnte Wahrheit nicht ins Gesicht wegnecken. Er ist am Arsch in seinem Kopf. Ich bring gerade Eier los. Ja, das ist natürlich doof. Das Bett ist auch tot und ich habe keine Möse über die Pistole. Ich habe nur noch eine Glock. Okay. Ah! Nein, 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 nein. Nicht sterben. Schills, don't die. Haben. Und da hinten ist noch ein Bett. Na, diese fliegenden Masturbationsorte. Masturbationsorte. Na, ganz ehrlich, wenn ich irgendwo nicht masturbiere, ist das auf dem Bett. Wieso? Hast du auch keinen Sex auf dem Bett? Doch, klar. Eben. Ja, aber Masturbation hat man vor dem Bildschirm meistens. Habe ich mal gehört. Ja, es gibt auch Smartphones. Machst du mir bitte kalt? Nee, auf dem Smartphone laufen die meisten ja nicht. Echt? Also bei mir läuft es immer einwandfrei. Dann musst du die Videos doch runterladen, oder nicht? Nee. Also ich kann auch streamen. Also Streamingsgruppen. Und damit ist die Waffe auch leer. Ich habe auch keine Waffe mehr. Und ich habe keine Waffe mehr. Und ich höre noch ein weiteres Bett. Ich geh mal eben vor. Ach, hast du denn das im Ring gefunden? Das scheiß Bett. Runter, ich will dich messern. Ich habe noch zwei Schuss. Ich habe noch 40 HP. Na, du bist gut. Au. 10 HP, aber ich lebe. War das Schaden gemacht, dass es auf dich drauf gefällt? Nee, es hat mich vorher noch einmal getroffen. So. Bin leer. Ich steche den mal ab. Ich gucke kurz nach, ob hier irgendwo Munition rumliegt. Ich schneide ihn. Ich schneide ihn wie ein Video. Also ziemlich oft. Ziemlich viel. Also nicht Let's Play Videos, sondern andere Videos. PewDiePie Videos. Ja, so genau. Ungefähr wie ich es einem sagt, so ist Let's Play. So sehr schneide ich ihn. Was zum Teufel ist da jetzt gerade passiert? Wieso bist du jetzt fast tot? Bin in ihn reingerannt und habe ihn geschnitten. Na, aber... Da unten ist ein Bett. Ach, nee. Kischi? Du kannst mir keine Eier geben, ne? Nachdem wir alle Munition auf Null haben, nicht. Oh. Hä, I got the Remington? Hab ich doch vorhin schon gehabt. Oh, Hunting Knife. Was? Hunting Knife. Cool. Alles, was du hast? Ja. Und Knife. Hunting Knife und normales Knife. Warum hast du denn gerade einen Schutzwaffe in der Hand? Das ist ein Hunting Knife. Ach so. Das ist also ein Jagdmesser, okay? Ja. Hab ich echt Knife gesagt? Ich wollte Rifle sagen. Ja. Ja, okay. Ich dachte mir, was? Soll ich dir für das Hunting Knife noch Eier geben? Ist schon nicht mehr nötig. Okay. Und auch nicht mehr möglich, weil ich schon nur noch zwei Schuss hab. Doch, mit zwei Schuss wär's noch möglich. Geringe Wahrscheinlichkeit. Wollen wir's ausprobieren? Ja, Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering. Wir können's probieren. Nur du bist aus dem Server geflogen. Übrigens, das ist das beste Spiel der Weltwelt. Es ist super programmiert. Es ist super fair, weil man immer Waffen hat. Mhm. Okay, möchtest du's machen? Sollen wir's versuchen? Sollen wir's wagen? Ja. Also müssen wir ja, weil wir haben beide keine Munition mehr. Ja, stimmt. Ähm, zwei Schuss hast du jetzt drin, ne? Ja. Was war das gerade für ein komisches Geräusch von, äh, COF? Ähm, musst du einen rausladen? Jo. Oh, es war nur ein Schuss. Scheiße. Dann haben wir schon vollkommen falsch angefangen. Und jetzt hast du gar keinen mehr, ne? Ja. Ich kann jetzt versuchen noch, äh, auf Glück, drei Punkte, die null haben, die da dabei waren. Nein, es ist keine der Richtigen dabei. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt doof. Jetzt haben wir einfach keine Munition. Äh, uns tut mir leid, Leute, dass ich dafür das Video nicht pausiere. Ich würde euch ja gerne zeigen, was da abgeht, aber... Ich sehe gar nicht mehr ein, Alter. Äh, hier liegt noch so ein Revolver. Lass uns das bei dem wenigstens machen, Alter. Okay. Das wird langsam echt nervig. Ähm, ja, ich würde euch ja zeigen, was ich da mache, aber... Der Part ist zu Ende. Oh. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, Leute. Tschüss. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mm-hm. Mm-hm. Mm-hm.